Sei ein Gesundheitsheld. Studier Pharmazie. Jena Thüringen. Gut 100.000 Einwohner, 5.000 Studenten an der Ernst-Abbe-Fachhochschule und 21.000 Studierende an der Friedrich-Schiller-Universität. Ein Platz, um die vielleicht interessanteste, lustigste und schönste Zeit im Leben zu haben. Studier Pharmazie in Jena und werde Gesundheitsheld. Hast du Lust, ein Held zu sein? Ein Held der Gesundheit? Hast du vor, in einer Apotheke zu arbeiten? Oder möchtest du einen Job in einer pharmazeutischen Tätigkeit außerhalb einer Apotheke? Ich werde Apothekerin, weil ich das Rote Apotheken-A viel attraktiver finde, als das der Agentur für Arbeit. Als Gesundheitsheld bist du der Herr über die Elemente. Ich werde Apothekerin, weil ich eine Lebensaufgabe suche und nicht nur einen Job. Ich studiere in Jena, weil besonders bei den Pharmazeuten die Chemie stimmt. Moderne Lehrgebäude. Ein wirklich gutes Miteinander. Massig Lehrmaterial. Was will man mehr? Wasserstoff, Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, Cesium und Franzium. Wie ich mir die erste Hauptgruppe merke? Herr Liebold, naschte Kartoffeln und raubte Cäsar Franken. Wie ich mir die fünfte Hauptgruppe des Periodensystems merke? Niedliche, putzige Asseln, Sabon, Bier. Fluor, Chlor, Brom, Jod, Astat. Wie ich mir die siebte Hauptgruppe merke? Für Claudia brauche ich Atemschutz. Die vierte Hauptgruppe besteht aus Kohlenstoff, Silizium, Germanium, Zinn und Blei. Wie ich mir das merke? Cicero sieht gerne Sahne plumpsen. Für Jena steht die Keksrolle. Shopping, Kultur und Kunst. Weshalb hast du dich für ein Pharmaziestudium entschieden? Ich studiere Pharmazie in Jena, weil selbst mein Chemielehrer irgendwann keine Antworten mehr auf meine Fragen wusste. Dein Platz ist noch frei. Studiere Pharmazie und werde Gesundheitsheld. Mehr Informationen erhältst du auf www.gesundheitshelden.info und live beim Tag der Pharmazie am 7. Oktober an der Uni Jena. Caridio Image und Eventfilm Produktion ediskol Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020